was ist da los ja moin leute willkommen zurück auf meinem kanal es ist endlich soweit ich freue mich wie so ein kleines kind auf weihnachten black ops 4 hat heute release 12 oktober die meisten konnten gestern schon zocken weil sie die cd version hatten ich habe die digital version deswegen konnte ich nicht zocken hätte so oder so nicht gezockt weil ich auf meine neue elgato warten musste ich habe vor kurzem nämlich mein zimmer umgeräumt alles angestöpselt und pop ging nichts mehr das ist der grund warum ich den letzten zwei wochen kein video hochladen konnte habe mir dann nachdem vor zwei wochen die elgato sich verabschiedet hat mir gleich eine neue bestellt aber zwei paket dienste der namen ich nicht nennen werde fangen beide mit d an sind nicht in der lage hier paket zuzustellen entweder finden sie die klingel nicht dann ist ein paket auf einmal völlig verschollen muss ich noch mal neu bestellen auto kaputt wieder keine lieferung heute pünktlich zum 12 ist die elgato gekommen genau zu sein vor zwei stunden jetzt alles eingerichtet ja das erste gameplay wollte ich eigentlich gleich hochladen das wollte ich völlig umgeschnitten lassen dummerweise so wie die facecam jetzt steht habe ich völlig vergessen die facecam wieder oben rechts anzudocken und deswegen ist das video unbrauchbar dann mache ich jetzt die zweite runde ich hoffe die wird ganz geil wieder mehr von mir jetzt definitiv wie ich in einem black ops 2 video schon mal versprochen habe so zwei drei vier videos in der woche sollten es werden daran möchte ich mich auf jeden fall halten eins noch ich habe eine neue keppi die hat mir andere aus das ist ein arbeitskollege von mir hat die mir aus l.a. mitgebracht finde ich richtig geil da hat er sich eine stunde mit seiner frau zeit genommen von new england patriots eine nfl mannschaft kann man das sehen da hat er einmal mein gamertag hier so reingezaubert und hier noch mal an der seite das sieht richtig stark aus habe ich mich mega drauf gefreut grüße noch mal an andré und seine frau dass ich da die zeit genommen haben grüße gehen raus viel spaß jetzt beim video ich möchte ich würde mich über einen daumen freuen ein abo ist klar das wäre richtig geil und viel spaß beim video heute rein bis zum nächsten mal so nächste runde auf slums das ist eigentlich einer meiner lieblings maps einer der geilsten im ganzen black ops universum meiner meinung nach und ich spiele gleich mal mit der mx 9 das war ich glaube in der ersten phase der beta einer der stärksten waffen überhaupt vor allem haben die fast 80 prozent der leute gespielt ich kriege schon wieder nichts hin ich bin gerade von mir selber genervt schön aus dem headcash geholt schade ja und vor allem hat die mx 9 ein mega geiles visier da gehe ich völlig drauf kriege ich nicht mit mir mein freund oh der war schön nein scheiße ich war fast in der ecke die kontrolle verloren da ist einer in dem scheiß haus na gehst du mal raus du spinner da kommen bestimmt gleich welche hier oder hinter mir so wie ich das gewohnt bin alter leckt mich doch alle am arsch was ist in euer verdrecktes scheiß problem nein ich wechsle jetzt nicht die lobby nicht die lobby sondern jetzt war ich gerade kurz mal richtig nice im spiel ne verstecken wir feindlicher taktik einstiegsmarker online put your back bitch alter alter meine fresse was ist mit euch los freaks das ist die waffe alle ja komm entschließt da ja das ist genau der grund warum man eigentlich es nur hassen kann du nicht mein freund manche waffen so verdammt unspieler haste mal einen doppelkillminer das haste fein gemacht los einer weniger verbündeter taktik einstiegsmarker offline alter wie schnell falle ich also für mich ist es eindeutig dass ich die leute fast später sehe mein aim alter richtig schlecht grad abschuss bis auf grader schon wieder so ein vogel alter ein abschuss was wie das was setz der sensorpfeile ein hasten Abgelaufen Manchmal Ey, stopp Ey, ich komm nicht hinterher Ach, das nervt echt Oh ne Scheiß, was soll das Nee, jetzt nicht Was wir da sehen, ich hab fast noch mit gehabt Die sind tot Oh, wenn der mich gekriegt hätte Ich glaub dann Hätte ich Den Glauben komplett verloren Was ist da los? Unser Taktik-Einstiegsmarker ist offline Oh, ich hasse diese One-Shot-Vögel, ey Warum können die das nicht rauslassen aus nem zukünftigen scheiß Call of Duty? Warum nicht? Diese Quickscore-Berei Das ist der letzte Bullshit Ich möchte mal im echten Leben Boom Mit ner Sniper sehen Das möchte ich mal sehen Das ist so behindert Ich spiele jetzt mal mit der Titan Weil das eigentlich in der Blackout-Beta Einer der geilsten Waffen war, finde ich Schauen wir mal, was die uns jetzt hier für Glück bringt Oh, ich liebe diese Map Ich hab den für ein Teammate gehalten Ich hab ihn noch gesehen Das war leicht Oh, das war richtig nice auf Doppelkehre Ey, hockt der echt die ganze Zeit hinter dieser Dreckswand? Oh, du bist ein richtiger Sack Das ist so richtig muschi Also Leute, die die ganze Zeit so rumcampen Den müsstest du der Leitung ziehen Oder durch die Leitung grauchen Den eine reinhauen Und wenn er fragt, warum Gleich nochmal so richtig rin Und seine dämliche Äh, das ist unklar Hier, guckt's euch ahne Schön auf Doppelkill Wechseln den Sammelpunkt Verteidigt alle Zonen Du Pisser Geh mal weg Oh, Schritte Na los, da kommt doch bestimmt gleich irgendeiner Nee, doch nicht Alter Oh, wie konnte ich? Zwei, dreiß Schuss noch Sensor verfügbar Oh, der war ein bisschen blöd Geschossen, weil ich da nicht gegen Oh Bist du denn völlig dämlich? Ich hasse diesen Schocker Ich hasse den so sehr Wo bist du? Eliminiert Komm, für den Doppelkill Schade, doch nicht Lappen Wie kommt man auf so einen Gamer-Namen? Ja, grüß dich Schmeiner Ich bin der Lappen Lappen neben dir Naja Kann man mal machen Schütze Weiter links, du Affenkopf Naja, machen Abschuss Der ist gefallen Den holen wir uns Den holen wir uns Ah, den hättest du fast noch kassiert Nein Ziel am Boden Ajax autorisiert Blitzschlag Alter Das war ja völlig intuitiv Wie ich hier gerade aufgehört habe zu schießen Los Den kriegst du da Crash besagt Nee Den kann man so ein Mail haben Da jetzt nicht mehr Egal Perfekte Planung Okay Gute Arbeit Black Ops 29-13 Akzeptabel Und daraus Das war ja völlig Das war ja völlig Vielen Dank.